Also hier ist es noch nicht so parat zum Tanzen, es ist noch ein bisschen holprig, aber später kommen dann alle Schauspielerinnen und dann haben wir hier super Platz. Ja eben, also jetzt ist alles noch ein bisschen so im Bau oder im Umbau. Wir sind eigentlich wirklich jetzt tatsächlich meistens im Vorbereich und dann gibt es so ganz gewisse kleine Szenen, wo die da oben auf dem Balkon noch ein bisschen tanzen oder so hier in der Mittelteil, in der Bar, aber oftmals ist es doch hier vorne, wo es ein bisschen Platz gibt, ist auch schön, da kann man wirklich den Raum benutzen. Wir sind mit Musical beschäftigt und das war für mich ganz neu, aber auch ganz lustig, so darin zu vertiefen und da passt eigentlich so ein Laufsteg sehr gut dazu. Ich würde jetzt mal nicht sagen, dass es für die Choreografie gedacht ist, aber wir haben uns einfach so in dieses Bild eingelebt und ich habe versucht, das Choreografisch so zu bauen, dass es mit dem Bild irgendwie ein ganzes gibt. Wir sind alle so am Einrichten gerade. Man bewegt sich auch anders auf so einem Rasen, das ist ein Kunstrasen, also das ist nicht ganz einfach. Koffer, ja, super. Das war eigentlich total schön, dass sie jetzt wirklich so, ja, das gibt noch mal so eine Kraft, noch eine extra Kraft. Koffer. Ich werde jetzt mit dem Bild einen tiefsten, das hilft, es heilt die göttliche Rumpen. Vielen Dank.